Ich kann nur vermuten, dass seine Anwesenheit hier etwas mit Taos zu tun hat. Die Energie dieses Ortes, sie verändert sich, wenn er in der Nähe ist. Ich weiß nicht, was er getan hat, aber ich weiß von den Seelen, die diesen Ort nun passieren. Sie kommen nicht freiwillig. Taos hat sie aus dem Kreislauf gerissen. Er will wohl die Kammächtiger werden lassen und die Schuld für seine Taten der Beseelung geben. Sie schütteln den Kopf. Nach all dieser Zeit stimmt er sich noch irgendwann gegen die Flut. Du kanntest mich, wie auch Taos mich kannte. Ich muss etwas über diese Zeit wissen. Ich werde dir sagen, was ich mich erinnere. Dieses Leben hat irgendetwas an sich, was meine Seele nicht loslassen kann. Ich muss wissen, was es ist und mir geht die Zeit aus. Ich sehe Augenblicke in jedem Leben. Dich, die Inquisition Taos. Ich sehe seinen Einfluss, der immer noch wie ein Schwert über deinem Nacken hängt. So wie es immer war. Er hatte etwas in dir inspiriert. Auch bei deinem letzten Besuch sprachen wir über ihn. Es war kurz nach dem Prozess, du warst aufgebracht, wohl weil du anfingst zu erkennen, dass es vielleicht wahr war, was ich lehrte. Und was soll das gewesen sein? Ihr Wahrer kneift den Mund zusammen und runzelt mitleidig die Stirn. Ihr Augen huschten zwischen euren Hin und Her, als würde sie nach einem Zeichen suchen, ob sie sprechen soll oder nicht. Sie säufzt, dass die Götter nicht real sind. Ich habe die Idee, dass die DELIMGAN es ausgerichtet hat. Und trotzdem fühlt es sich fast wie ein Relief. All auf Lacht, trocken und verbittert. Ich fürchtete diese Möglichkeit von dem Moment dann, als die DELIMGAN sie andeutete. Und doch bin ich fast erleichtert. Das meint sie nicht ernst. Ha, für sie vielleicht nicht. Viele wurden schon von den Göttern verschmäht. Das ist nur eine kleine Art der Vergeltung. Kann, da lacht leise, auch wenn ihr Gesichtsausdruck beunruhigt wirkt. Neben dieser Theorie verblasst selbst meine günstigen Gedanken. Aber wir haben doch selbst den Einfluss der Götter gesehen. Sag, Garlis Blick verdüstert sich. Das scheint nicht möglich. Was ich taught, war, dass die Götter, deren Hoffnung wir gespürt haben, nicht Götter waren. Aber etwas anderes entstanden. Was ich lehrte, war, dass die Götter, deren Glauben wir verbreiteten, gar keine Götter waren, sondern etwas völlig anderes. Etwas, was von den Völkern geschaffen worden war. Wer hat diese Götter erschaffen und zu welchem Zweck? Sie wurden von Engwith, eine Gesellschaft von hohen Mindern und breiten Bezahlen. Theosis-Bögen. In ihrer Zeit, alle Menschen verbreiteten ihre eigenen Götter. Manchmal war sie über sie. Nach ein paar Wahlen ihrer eigenen, die Engwithen sahen ein Ende zu ihnen. Sie verbreiteten all ihre Energie, um die true Götter zu finden. Sie wurden von Engwith geschaffen, einer Gesellschaft des hohen Geistes und der vielfältigen Interessen. Daraus folgen. In kurzer Zeit verehrte jedes Volk seine eigenen Götter. In ihrer Zeit verehrte jedes Volk seine eigenen Götter. Manchmal zogen sie darüber in den Krieg. Nachdem sie selbst einige Kriege ausgetragen hatten, wollten die Engwith Fahner dem allen ein Ende setzen. Sie verwenden all ihre Energie darauf, die wahren Schöpfer zu finden. Generation und Generation suchten sie, entwirten sie die Fäden der Welt und legten ihre Geheimnisse offen. Eines Tages fanden sie eine Antwort, nur dass die Antwort keine Antwort war. Es gab keine Götter, die man finden konnte. Oder wenn es sie gegeben hatte, waren sie fort. Sie erschütterte sie, diese Erkenntnis. Wenn sie dieses alleine entdecken konnten, wie lange würde es dauern, bis andere Völker das konnten. Wie lange bevor Kriegungschaos über die Welt herrschen würden. Doch sie hatten bei ihrer Suche nach diesen Antworten viele der Dinge gemeistert. Und mit ihren meisterhaften Fähigkeiten schufen sie ihre eigenen Götter, um die Lehre zu füllen. Und satten Missionarien alle Winkel der Welt aus, um ihren Glauben zu verbreiten. Deswegen gründest du deinen eigenen Glauben. Ich sah es nie als Glauben, Anna, aber du hast wohl recht, es so zu nennen. Die Welt soll es sehen, die Welt soll entscheiden, was zu tun ist. Das war mein Glauben. Ich wurde ein Glauben, weil die Glauben mir die Hoffnung, das ich wollte, was zu bringen. Für ein Zeitpunkt, die Wahrheit hat mich zu einem darken Ort. Dann kam der Tag, wenn ich das nichts hat verändert. Das ich noch hatte ein Glauben, und das Glauben war das gleiche, und das Glauben war das gleiche, und es war wert leben für. Ich wurde Missionarin, weil die Götter mir Hoffnung brachten, die ich auch anderen bringen wollte. Als ich die Wahrheit erfuhr, brach für einige Zeit eine schwarze Dunkelheit über mich herein. Dann kam der Tag, an dem ich erkannte, dass sich nichts geändert hatte, dass mein Leben noch immer einen Sinn hatte, und dass der Sinn derselbe war und es sich lohnte, für ihn zu leben. Ich begann, die anderen Missionare öffentlich zu hinterfragen, ihre Zauberkunststückchen aufzudecken. Mit der Zeit wurden ihre Anhänger zu meilen. Wie hast du das erkannt? Die Anguithin-Missionärer wussten es alle, aber sie haben uns nie gesagt, dass sie uns nicht gesagt haben. Sie wollten es ein Geheimnis sein, das mit ihnen sterben war. Und im Endeffekt haben sie ihre Blutlinien aus der Erinnerung gefordert. Ich habe mich gefordert, ein paar von ihnen zu einem Tempel zu sein. Ich fand die Tür zu ihren Chancen geschlossen. Aber die Runde war stammt und die Tür zu schwarzen. Seine Worte kamen. Ich habe genug gehört. Ich habe die Dinge, die sie über sprachen. Und alles war da, so wie sie es gesagt haben. Die Anguithin-Missionärer wussten es alle, doch sie sagten es uns anderen nie. Sie wollten das Geheimnis mit in ihr Grab nehmen und letzten Endes liesteten sie zu, dass ihre Blutlinien aus der Erinnerung verblassten. Ich hatte den Auftrag gehalten, mich einigen von ihnen in einem Tempel anzuschließen. Ich fand die Tür zu ihren Gemächern verschlossen vor, doch der Raum war aus Stein und die Tür war dünn. Ihre Stingen drangen hindurch. Ich hörte genug. Ich untersuchte die Dinge, von denen sie gesprochen hatten. Und es war alles genau, wie sie gesagt hatten. Später, nachdem ich den Orden verlassen hatte, fanden einige Inglitiner meine Worte überzeugend und schlossen sich meiner Sache an. Sie erhöhten, was ich nicht bereits wusste. Ist es wahr, was du lehrtest? Du hast mich das schon einmal gefragt, was ich sagen kann, wäre ein Beweis. Und deine Seele giert wohl nach Gewissheit, nach einem Abschluss. Aber wenn du auf dem Weg zu demselben Ort bist, an den Tars diese Seele schickt, dann wirst du es mit eigenen Augen sehen, so wie ich einst. Jeder wird früher oder später mit dieser Wahrheit konfrontiert. Die wenigsten stellen sich ihr. Die wenigsten haben den Mut zu fragen, was wenn es stimmt. Und indem du dieser Frage ausweichst, verwehrst du deine eigene Identität. Iovara überblickt schweigend mit nachträglichen Augen ihr Publikum. Sie mustert jedes Mitglied deiner Gesellschaft einen kurzen Augenblick lang und zieht ungesehene Dinge. Was, wenn all die Tragödie, all die Persekutung kamen in Defensung eines Impostors? Das ist nicht... Das kann nicht richtig sein. Äoth ist er... Er hat Wunder für die Menschen gemacht. Die Macht der Gäste lässt sich nicht leugnen. Die Wahrheit der Geschichte, die sie weben, dagegen schon. Was, wenn es verbundenes Wissen war, dass dein Untergang besiegelt hat? Kein Fehler deinerseits. Was ist mit deiner Schuld? Ich habe die Täuschung meiner Göttin mit meinen Augen in den Augen gesehen. Die Wächterin hat sie mir gezeigt. Aber erst jetzt begreife ich, wie verzweifelt sie wirklich war. Das wahre Ausmaß ihrer Täuschung. Du sprichst von ihren Täuschungen, aber was von deinem? War es ihre Worte, die dich auf deinen Weg gebracht haben? Oder war es die Absenz ihrer Worte? Eine Gap, die du mit deinen eigenen, verletzten Gedanken veröffentlicht hast. Du sprichst von ihren Täuschungen, aber was ist mit deinem? War es ihre Worte, die dich auf deinen Weg geführt haben? Oder war es die Waffenwesenheit ihrer Worte? Eine Lücke, die du mit deinen eigenen zerbrochenen Gedanken gefüllt hast? Schweißperlen sammeln sich auf Turins Stirn und strömen sein Gesicht hinab. Als wäre er ein Alsblock, der von einem großen Scheiterhaufen steht. Ihre Augen kommen auf Adolf zu ruhen. Was, wenn du stets allein gewesen wärst, ohne Führung? Well, so schlecht wie ich meine Guides, ich glaube, es wäre ein Komfort, zu wissen, dass ich sie frei bin. Adolf verschränkt die Arme hinter dem Rücken und runselt die Stirn. Nur so schlecht, wie ich meine Führer gewählt habe, wäre es wohl eine Erleichterung, frei von ihnen zu sein. Die Freiheit bestand schon immer. Es war die Führung, die nur Illusion war. Wenn alle unsere gemeinsamen Fähne aus einer Lüge gesponnen sind, was bleibt noch, um uns auseinanderzubinden? All of us, across Eora, are trying to survive, to make sense of the world. What could better bind us together than that struggle? Keiner neigt nackt nicht durch den Kopf. Wir alle, in ganz Eora, versuchen nur zu überleben. Die Welt zu verstehen. Was könnte uns besser aneinanderbinden, als dieser Kampf? We'll find our own truths. Make them, if we must. We don't need an ancient lie to bolster us. United. The Angwythians created gods. Mortal men and women, coming together to do the impossible. Let us surpass them. What if our burdens come to us not because they are meant to be, but because they happen to be? Ihr Blick schweift zu Zagani. Was, wenn unsere Birnen nicht auferlegt werden, weil es so bestimmt ist und aus Zufall? They shape us all the same. It doesn't matter, how I drew the small tooth, or even that Persak had become a deer. The task fell to me, and I completed it. Zagani zuckt mit den Schultern. Sie form uns dennoch. Es ist irrelevant, ob ich die kleinen Zangen gezogen habe, oder ob Persak zu einem Hirsch geworden ist. Die Aufgabe fiel mir zu, und ich erfüllte sie. Erfüllte sie. Du spürst das Gewicht von Jehovas durchschneidenden Augen auf deiner Seele. Was, wenn wir uns gar nicht gewiss sein können? Da liegt der einzige Weg in den Dingen, die wir selbst schaffen. Da müssen wir unsere eigene Stärke aufholen, um es zu ertragen. Dann können wir erst Frieden finden, wenn wir aufhören, als Wesen zu existieren. Dann sind es die Fragen, die immer noch von größerem Wert waren, als ihre Antworten. Dann ist es besser, wenn möglichst wenig Leute, die es kennen. Dann können wir nichts tun, als es zu erdulden. Ich weiß es nicht. Dann sind es die Fragen, die immer von größerem Wert waren, als ihre Antworten. Dann müssen wir unsere eigene Stärke aufbauen, um es zu ertragen. Dann liegt der einzige Wert in den Dingen, die wir selbst schaffen. In den Dingen, die wir erschaffen, finden wir Glückseligkeit, aber auch Leid. Jede Schöpfung trägt die Makli ihres Schöpfers und ihres Schöpfers Schöpfers. Kunst und Gesang sind Schöpfungen, aber auch Waffen und Lügen. Wir müssen vorsichtig sein, dass unsere Schöpfungen uns nicht verschlingen. Ich frage diese Dinge nicht, um euch Sorgen zu bereiten, sondern um euch zu zeigen, dass man sich ihnen stellen muss. Keine Antwort ist einfach, doch irgendwo zwischen ihnen allen liegt eine Wahrheit, die so schön ist, dass nicht einmal ein Gott sie schaffen könnte. Schulden wir uns nicht selber, unsere Rollen in allem zu ergründen? Doch, selbst ohne Zusicherung gibt es noch Wahrheit. Nein, die Leute müssen wissen, dass die Dinge nicht grundlos geschehen. Ein gefundener Grund ist besser als gar keiner. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht. Nehmen wir mal die Eins. Wenn du das wirklich glaubst, bist du eine völlig andere Person als die, die ich kannte. Ich bin allein hier mit meinen Gedanken für so lange. Ich habe mich mit meinen Verlusten und mit meinen Verlusten. Ich habe nicht mehr Kürze für was, was es war. Aber es ist eine Sache, die sich in meinen Geist und 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 in meinen Geist. Eine Sache, die ich nicht beendet werde, bis ich wissen, bis ich verstehe. Bis zum nächsten Mal.